Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit... ja, ich bin gruppenlos. Warum bin ich gruppenlos? Weil ich mich aus der Gruppe geschmissen habe. Alex, du darfst es sagen. Grüße. Also. Ich bin jetzt ganz verwirrt mit deiner Gruppe. Ja, ich war jetzt auch ganz verwirrt. Gut, ähm, stimmt. Ich, jetzt, jetzt wollte ich schon wieder wegporten. Ich muss doch meine Fotos jetzt hier in meinem Camp machen. So, machen wir einmal zack und zack und zack und dann ist es auch fertig. So. Anständige Fotos, das ist nur für Leute, die Zeit haben. So, dann brauchen wir noch irgendeinen Vault. Hier unten haben wir hier irgendwie so einen Blaupelz, äh, Bruderschaftsbunker. Hab ich gesehen. Da muss ich jetzt einmal reinrennen und stürmen. Damit wir hier auch mal ein bisschen zu Rande kommen, hier. So. Äh, lups. Ach da. Einmal hier quer durch. Und, lups. Wunderbar, da haben wir die nächsten Punkte und dann mache ich jetzt den Campenpark unsicher. Jetzt bin ich schon wieder so schnell, dass das Spiel schon wieder nicht hinterherkommt. Und du bist schon wieder am Hirsche jagen, Alex? Ja, mal üblich hier unten. Ist dir das Fleisch schon wieder ausgegangen, ja? Nö, das hält sich in Grenzen. Das hält sich in Grenzen? Jo. Na, ich würde jetzt erstmal meine Daily Tour nehmen. Gönnt euch die EP. Und die groben Korken. Bald ist so ordentlich wieder was abzuarbeiten. So. Zack. Und weg mit dir. Ein bisschen Looten muss ja sein. Und wir haben Zecken da hinten. Oh, meine API hier gerade schneller, als ich gucken kann. So, ich habe auch nicht... Genug Wasser drin, sehe ich gerade. Stand Aldi, Schrottweidwurf ist in Betrieb. Bitte Aktion starten. Auf Ziel, Schrottbehälter werfen, um Preis, Mr. Fuzzy Wagen zu erhalten. Ne, Schrott schmeißen. Nicht einfach so in die Luft werfen hier. Alle, hops. Und den letzten treffen wir auch. Passt. Auslisten ist schwere Arbeit. Doch Mr. Auslisten macht Spaß. Erleben Sie es selbst. Ja, komm, gib, gib, gib. Oh, hallo. Wollen Sie es noch mal versuchen? Dann schwingen Sie sich mal zu den Wagen. Hm, nochmal 1000 EP. Und ein getarntes Raider, Powerrüstung, rechtes Bein. Sehr schön. So. Ich habe heute echt Probleme, meine API zu halten hier. Naja, wird Zeit für die bessere Rüstung langsam. Muss sowieso mal ein bisschen Modul auf den Kopf hauen. Hab doch ein bisschen zu viel geholt. Wobei, zu viel kann man eigentlich auch nie haben. So. Leckere Hot Dogs. Hot Dogs. Jetzt vermisse ich Mausis. Hey, Sie da. Schön, Sie zu sehen, Schätzchen. Sie kennen das ja. Fang Sie an, wenn Sie bereit sind. Okay, Hanni. Auf die Plätze. So, Hot Dogs essen. Hm. Hm. Na, düd, 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 düd. Ich komme gleich, mein legendärer. Ich esse nur noch meine Hot Dogs. Die irgendwie nicht antanzen hier. Hot Dogs. Ah, Hot Dogs. Schön mit ein bisschen Blut drauf. Hm. So, haben wir das auch fertig. So, hier haben wir alles mitnehmen. So, das mitnehmen, das mitnehmen. Dich wegschießen. Und ich wollte gerade sagen, ich habe dich nicht bekommen. Das wäre jetzt traurig gewesen. Und einen kleinen Grubenhauer-Kübel. Und wieder ein T-45-Bein. Also die T-45-Beine, so wie die Raider, die kommen ja on the mass. Schnell hier einmal durchhübsen. Und auch noch Ausmiste abgeben. Juhu, sie haben das Spiel gewonnen. Ja, ich habe das Spiel gewonnen. So, dann wollen wir hier nochmal schnell weiter düsen. Ein klein wenig jedenfalls. Dann, wir haben ja hier oben auch gleich den Spind. Nehmen wir den gleich mit. Ei, eine Strahlen-Schlägerei. Schon wieder. Die kommt in letzter Zeit recht häufig. Aber die werde ich heute ausfallen lassen. Ich werde mich jetzt erstmal um die Questen kümmern. So, das spinnt. Können wir hier nochmal kaputt machen. Ne. Jetzt so. So, dann jetzt nochmal. Ja, Alex, was ist los? Über auf Captain Nature. Achso. Ach, hey. Das Bild vorm Camp. Schon ist es in der Ladesequenz. Ich muss das nachher unbedingt wieder rauslöschen hier. So, jetzt machen wir nochmal schnell Fotos. Alle Erbs. Und Gule muss ich noch machen. Gule und Stufe. Oh, Fernadonner ist direkt bei meinen Besetzern. Na, dann lasse ich mir das aber nicht lumpen. Das sind ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Automatische Warnung. Eine Horde Verbrannter wurde in deiner Gegend gesichtet. Lass den vorgeschobenen Beobachter das Zielfernrohr für den Defiance Artillerieangriff benutzen. Ab Viktorian. So, dann gucken wir mal. Oben haben wir einmal Besetzer. Und. Ein bisschen EP. Ihr müsst nicht auf mich schießen. Das bringt euch sowieso nichts. Weil, ob ihr mich seht oder nicht. Was? Das sollten ja irgendwo Verbrannte sein. Da ist auf jeden Fall nochmal ein Meilerk. Okay. Irgendwas ist gerade fertig geworden. Das war Fernadonner. Und hier haben wir den Rest. So, irgendwas stimmt aber hier gerade mit meiner Traglast nicht, oder? Oh, jetzt nur 366. Ich habe meinen Hirsch nicht mehr drin, oder? Ja. Äh, schon besser. Mein Juter, alter Hirsch. So Brandbeestchen, den ist, wenn wir sowieso schon mal hier sind. Können wir aber Gaudi nochmal mitnehmen. Dann haben wir wenigstens Cranberry Bock auch so weit schon mal durch. So, zack. Okay, den Katze kriege ich schon wieder nicht angewatzt. Warum auch immer. Dann musst du halt so leiden. Und dann schauen wir hier hinten nochmal. Brandbeestchen, wo bist du? Mäuschen, piep einmal. Nein, dich Mäuschenmausi meine ich nicht. Ah, aber die will hier sich nicht zeigen lassen. Na gut, dann halt nicht. Nehme ich halt erstmal all deine verbrannten hier aufs Kikor an. Okay, das waren jetzt mehrere Schüsse kritisch aufs Auge, aber trotzdem keinen. Den Tod verursacht. Na gut, dann ab in die Mitte. Laufen, 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 laufen. Ey, wie viel Rude Away ich schon wieder bei hab. Das kommt dabei raus, wenn man die Kiste aufräumt. Oh. Oh. Was Böses. Einfach mal kurz ein paar Kugeln reinpiksen. Das passt schon. Ne, 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 wo wollt ihr denn hin? Ihr werdet gegessen nachher. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt hier eine Brandbiss hier kriegen. Ansonsten wird's langsam schlimm. Ah, da kommt schon die erste. So, nicht so weit wegfliegen. Ne, 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 ne. Warte, ich... Dann landet die dritte auch noch raus. Ja, wenigstens landet die legendäre schon mal. Das hat ja schon mal gut geholfen. Und jetzt ist der Ausputz auch noch im Eimer. Landet die nächste. Ja, gut. Vergiss das. Kaum sind sie gelandet, steigen sie hier wieder in die Luft. Ist das schlimm mit euch? Jetzt geht mir auch meine Rüstung auch noch bald kaputt. Ich glaube, die haben ein Problem zu landen, weil sie sich gegenseitig blockieren. Jetzt haut die erste schon ab. Mann, hätte ich bloß nichts gesagt. Ne? Nee, nee, ich laufe nicht weg. Ich erschieße dich. Hoppala. Ja. Über diese kleinen Mini-Löcher hier. Und jetzt hänge ich hier auch noch mal fest in den Löchern. Hey, jei, 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 jei. So, erst mal haben wir schon mal Down. Kein Licht. Ja, ich auch nicht. Wo ist denn jetzt? Ach, da. Könnte doch Hirn drin sein. Und den es brauche ich auch noch. Wer soll sterben, Alex? Ich bin in Frauen-Schlächerei. Also. Das sind die berühmten Sätze-Gespräche. Ach so, die berühmten. Höhöhö. So. Bleib hier. Halt. Na. Bleiben. Ich wollt mich heute verpupseln. Hier geblieben. So, jetzt holen wir uns erstmal dich hier. Stimpack und hin. Jawohl. Und jetzt ignorieren die mich auch noch. Ja, das ist ja, das sind mir immer die liebsten Brandbäschen. Die ganze Zeit wollen sie mit mir spielen und jetzt ignorieren sie mich. Ei, 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 ei. Für eine kleine Königin hier. So, dann kriegst du halt deine Bauchmassage. So, nachladen. Und tschüss. So, 38er gleich recycelt. Och, komm schon. Jetzt bleib doch mal hier, Mensch. Ich jag dich hier doch nicht über den halben Campus. Oh, Mensch. Hier bin ich. Hallo. So, und jetzt lande mal direkt vor meiner Nase hin. Du willst mich verarschen. Du willst mich doch jetzt echt... Du wolltest da hinten jetzt auch noch landen. Das habe ich gesehen, ja. Gibt's doch nicht. Dabei wollte ich nur mal kurz DNS haben. Die will mich hier nur verarschen. Ja, jetzt landest du da hinten. Jetzt beschiesse ich dich von hier aus. Ist mir auch wurscht. Ja, kommst du nicht rüber, ne? Ist selber schuld. Ist selber schuld. Ich krieg dich auch von hier hinten aus. Kaputt. Ist mir doch jetzt wurscht. Ha! Ist beleidigt. So. Berserkers Power-Faust. Na dann. Gut, jetzt bloß hier weg, weil sonst krieg ich hier, glaube ich, noch einen Nervenzusammenbruch. Fotografiere Page in Foundation. Ja, gut. Irgendwo muss ich noch... Ja, da oben. Okay. Und die Jäger sind unterwegs... Wahrscheinlich zur Galeria. Oder? Sieht das nur so aus. Ich habe keine Ahnung. Bloß weg da. Und ich brauche noch immer noch Coole. Ich hätte mal eine Strahlenschlägerei mitnehmen sollen. Weil heute haben wir irgendwie nur Verbrannte auf dem Speiseplan. Ah, es werden sich aber irgendwo noch Coole antreffen. Und ausgelaufen. Einmal Rimmilofen. Und ausgelaufen. Es schmerzt in uns. Schmerz in euch. Ja, gut. Das ist, äh... Schmerzhaft. So, dann holen wir uns jetzt ganz fix hier mal die Röhrchen. Doch. Ich hole mir die Röhrchen. So. Verloren? Nee, hier war das nicht. Da ist es. So. Kaputt haben wir auch schon. Und dann hier einmal quer durchs Wasser. So. Funkvakuumröhre. Und euch beiden machen wir jetzt auch nochmal. Nur, weil wir es können. Das tat doch weh. Böse Granaten. Alex, du bist so richtig konzentriert, wa? Ja. Ja. Jetzt müssen wir lügen. Da ist man immer konzentriert. Ja, und ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich Gewicht verliere hier. Sollte mal die ganzen Stimp-Bags und Kuro, sollte ich mal wieder in die Kiste packen. Ist ja mittlerweile sowieso schon zu viel, ja. Na, für die nächste Folge. Dann. Sonst ist es einfach zu schwer. Man hört dich die ganze Zeit looten. Klick, 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 klick. Mehr, meins. Ich will alles haben. Wir haben ja viele einige Tasten an der Maus. Sonst würde ich das R ablegen, aber geht leider nicht. Soll es einzeln aufheben. Du und eine RR-Taster. Dann ist ja Appalachia dernächst sauber von Müll. Ja, das wäre gefährlich. So, und ziehe nochmal den ehemaligen Raider. Den kriegen wir ja auch noch hin. Eieieiei. Immer noch so viele Questen auf dem. Ja, so. Und jetzt nimm dich in acht, mein lieber Raider. Hä? Ist schon... Nee, an mir vorbei ist er noch nicht. Am random Ereignis müsste er sein. Na? Da kommt er mir entgegen. Scheiße, gebrochen! Nein, gebrochen glaube ich nicht. So, was haben wir hier? Weasels Gefahrse. Nehmen wir jetzt trotzdem mit. Gut, dann hat sich das erstmal erledigt. Ich denke mal Evis Bunker. Ich hoffe mal Evis Bunker. Weil im Hochmoor, dann bin ich ja schon wieder Meilurks kloppen. Auch nicht so prickelnd. Aber... Nee. Da heißt es, ihr seid im Hochmoor. Nein, auf ins Hochmoor. Da werde ich dann aber doch trotzdem nochmal... Oh, ja okay, ich habe gedacht, ich habe hier zu wenig. Aber ich habe hier schon wieder viel zu viele Reparatur-Kits. Ah, Licht. Oh, Schatzsucher. Hm. Und ich bin völlig in die falsche Richtung gelaufen. Merke ich gerade. Jo. Dann können wir hier gleich nochmal gucken. Angler möchte nicht. Angler möchte nicht. Lernen wir ja Glück und wir kriegen jetzt hier gleich nochmal... Unsere Kryptiden. Das war... Okay, Holz darf ich nicht mitnehmen. Leuchtende Höhlengrille. Nö. Da haben wir einen Mottenmann gehabt. Das heißt, wir haben auch gleich den Kryptiden. Wunderbar. So, werde ich jetzt die... Die Grille werde ich jetzt hier nie wieder finden. Verdammt. Gut, dann auf ins Hochmoor. Damit der Peilsender auch wieder anschlägt. Das hört sich schon besser an. Ja, komm, lass es bitte Blutadler sein. Dann kann ich wenigstens alle kurz schnell wegswatzen. Aber sieht nicht danach aus. Was willst du jetzt von mir, Madame? Außer Eier legen. So, dich einmal weg. Dich einmal weg. Der Königin noch mal ein bisschen im Bauch pieksen. Ja, ja. Ich muss ja erstmal hier die ganze Bude immer wegschießen. Auf mich voll zu sauern. Ach, die Brut. Ärgernd mich doch nicht. Abmarsch mit euch. Wohl, wie sie jetzt sind. Er soll sich mit mir anlegen und dann doch nicht. So. Next. Wo rennst du denn hier hin? Hauptsache ich schieße nochmal den Panzer kaputt hier. Jetzt lass mich doch mal kurz in Ruhe. Muss doch nur nachladen. Dankeschön. So, und jetzt Tschüssikowski. So, äh. Ist das noch irgendwo was? Mylerk mäßig ist? Jetzt nicht mehr. Wo ist denn jetzt unser verkauftes Teil für den Wo-Rot? 82. Ja, immer noch nicht. Sag mal, läuft der noch? Oder? Sag mal. Die hab ich jetzt immer noch nicht gesehen. Ach, ich hasse es, wenn's ne Sauerei gibt. Na ja. Wird etwas dauern, bis ich das Bild aus dem Kopf hab. 91? Ja, wo ist er dann? Ich tu dir nichts. Ja, ich tu dir auch nichts, aber du bist nicht das Richtige, was ich eigentlich gesucht hab. Aber hier liegt nirgendwo was. Hä? Bin ich jetzt schon wieder blind? Ah, hier oben. Meine Güte. Das war ne schwierige Geburt hier. So, und dann einmal jetzt schnell zur Jagdhütte noch. Und dort wenigstens einmal abgeben. So. Gut. Probe wird analysiert. Passt. Gut. Dann würde ich sagen, war's das jetzt erstmal für diese kleine Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein. Und bis denn. Bis denn. Bis denn.